Musik Grüß Gott und willkommen zu unserer Almen und Hütten-Tour 2019. Und wir besuchen auch heuer wieder einige Hütten und Almen hier im Auserfern. Und los geht's bereits nächste Woche. Da sind wir ein Gast beim Hexenkessel in Bach, oben im oberen Lechtal. Und ich hoffe, ihr seid dabei und votet auch fleißig mit. Ich liebe es, kochen und die Gäste zu verwöhnen. Und meine Spezialitäten seien eigentlich die Nudeltaschen, die Nudelpfanne, dann ein bisschen regionale Produkte, die Brotseite mit dem Speck. Ich komme schon 39 Jahre ins Lechtal und bin gut befreundet mit der Ulsters-Familie. Die Gewürzleute sind sehr freundlich, eine ganz tolle Aussicht und leckeres Essen. Das ist mir natürlich wichtig als Bauer, dass wir zuerst unseren Bauern ein bisschen Zügel kaufen und das verkaufen wir natürlich auch mit gutem Gewissen. Weil wir wissen, das Viech hat man gesund aufgezogen, denen ist es gut gegangen und das ist uns natürlich nochmals wert. Musik Ja und alle Informationen dazu finden Sie unter www.re1.tv Und die werden wir jetzt noch ein bisschen musikalisch einstimmen. Diese Erfrischung widmet Ihnen Kaiserbier. Hast ein Kaiser, bist ein Kaiser.